Was, wenn Ihr Haus smart wäre? Schreiben Sie Mails noch auf der Schreibmaschine? Oder drehen Sie noch die Wählscheibe, um zu telefonieren? Natürlich tun Sie das nicht. Alles um Sie herum ist intelligent, nur Ihr Haus nicht. Wieso eigentlich? Stellen Sie jetzt den Schalter auf ON für Ihr Smart Home. Alles bleibt wie gewohnt, nur viel, viel besser. Mit WAGO Home Automation sind Sie zu Hause genauso modern und digital wie sonst auch im Leben. Per Fernzugriff die Sauna aufheizen, mit Sprachsteuerung die Türe öffnen und Stadionstimmung ins Wohnzimmer holen. Auch Einbrecher haben keine Chance. Ihr Haus simuliert die Anwesenheit, egal ob Sie im Urlaub sind oder einfach nicht aufstehen wollen, um die Jalousien zu öffnen. Ihr Smart Home unterstützt Sie in jeder Situation. Gebäudeautomation per Wisch und Klick. Die Benutzeroberfläche ist so intuitiv, ein Finger reicht und Sie haben das Kommando über Ihr Zuhause. So einfach. Beleuchtung, Beschattung, Heizen, Kühlen und dabei den Verbrauch und die Kosten stets im Griff. Das gibt Sicherheit, schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Nicht zu vergessen sind Funktionen wie Video-Gegensprechanlage oder Multi-Room-Audio. Das intelligente Haus der Zukunft ist modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert werden. Sie möchten auch smart wohnen? Kein Problem. Fragen Sie einfach bei Ihrem Elektroinstallateur nach dieser Lösung oder kontaktieren Sie unsere Servicepartner unter www.wago.com.com. Home Automation.